Aue, Schild verlagert das Ganze auf die spieloffene Seite, Müller zieht in die Mitte, findet Wurz, der schiebt ihn einfach rüber, zu Hugo Schakus angenommen, mit der Pike einfach abgeschlossen, der will den Ball sofort, hier, hat den Platz, Leisner ist nicht nah genug dran und dann musst du es manchmal als Stürmer.